Ich empfängt grundsätzlich niemanden. Zwingen Sie mich nicht, sie rauszuwerfen. Würde ich nie tun, aber ich bin sicher, dass Mr. Brett mich gern empfangen wird. Immerhin geht's um Anthony Mehlen und Diamanten. Oh, wie schade. Sie hätte ich gern höchstpersönlich rausgeworfen. Oh, danke. Herr Brett war ungeheuer sauer. Und das könnte für Sie sehr gefährlich werden. Für Sie auch Augenstern. Wo kommen Sie denn her? Aus Poughkeepsie. Dann empfehle ich Ihnen, fangen Sie nach Poughkeepsie.